Wahrer Kenner, Versuch 3829! Weil du hast auch schon mehr als genug verkackt, tu nicht so. 21.30 Uhr, immer noch in Dumbo. Wir schaffen das schon noch, irgendwann. Ja, wenn ich fähige Team-Mates hätte, dann würde das auch funktionieren. Schiebt einfach mal komplett die Schuld von sich weg, als wäre er hier der Größte, voll die Lüge. So war der Nahkampf, das ändern wir jetzt mal. Wenn er fehlt, das wird am Ende weggeschnitten. Bis jetzt gab's doch noch nix wegzuschneiden. Der Zuschauer sehen's nicht, das ist richtig. Nee, 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 bei mir läuft alles zu dir hier. Ich hab halt meine Route, die hier ablaufe. Und die ist auch 100% so, dass man die so machen muss. Wenn du die voll unhilfsbereite Route läufst, kein Wunder. Hä, also ich geh direkt immer zum Manager und mach die Aufgaben. Ja, voll langweilig, scheiß auf den Manager. Was ist denn? Habe ich immer noch, was das hier für ein Raum ist? Der muss auch ein Sinn haben. Ich kann dich nicht entdecken, solange du nicht bewegen kannst. Hm. We feel safe. What the fuck rent der denn da so los? Au. So, der Manager ist nicht in seinem Büro, das heißt, er ist jetzt mal woanders. Hm? Ich hab ne gutes Ausrufzeichen gesehen. Das war meiner. Der Manager selbst. Ach so, der ist ja cool. Das ist der Spektrophotometer. Er kann dir sagen, welche von der Ledet-Paintings der original ist. Jetzt, mach eine Note, wo die Paintings sind. So, soweit, so gut. Jo. Runter, runter, runter. Ich überleg ja wirklich, ob ich den hier noch umliete, aber den brauchen wir richtig, den Slot. Der hielt das auf, was wir aufsehen können. Ja, aber dann hast du halt keinen mehr, der die Kameras meldet. Weißt du, was ich mein? Die Kameras sind aber nicht das Problem, tatsächlich. Die haben wir ja relativ zügig weg. Ah, gut, dann nicht. So. Zwei QR-Codes haben wir. Wo sind die Waffen, Johan? Da oben. Einer sprintet immer komplett los. Ich weiß nicht, warum. Da hab ich jetzt mal nix gemacht. Hey, da ist ein Guard. Der hat kaputt geschossen in die Kamera. Das kann sein. Ich habe nie sehr interessiert in Kunst. Aber wenn du eine von diesen Paintingen mit den Tieren, die im Poker spielen, holst du es für mich, bitte? Wir sind doch nicht bei R1. Du musst ja R1 eigentlich. Du siehst doch die Markierung. Hä? Wenn ich sie nur zurückgeben, abgeben sehe ich da hinten. Nein, das ist da, wo wir hin sollen. Weiß, das ist ja die andere Seite. Ja. Wow, und ich bin extra hier rübergekommen. Ja, warte. Hier geht er oben lang. Hier ist ja alles frei. Frage. Es ist schön, dass ihm das jetzt bewusst wird, dass es... ...der Weg eigentlich angezeigt wird. Weg, 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 weg. Ich will nur hier auch drüben. Ah, jetzt geht er wieder, so, weiter geht's. hier müsste lang wenn das da drüben ist hier habe ich nämlich free gemacht dann kann man hier so schräg rüber ganz komisch also ich könnte mich in e1 reinfallen lassen so ist jetzt nicht nur aber da sind leser glaube ich ne oder war bei ihr einzelnen leser also ich bin mir nicht in jedem raum war ein laser in einem nicht also ich habe auf dem dach kannst du das fenster aufschneiden ich kann mich auch auf so ein ding drauf fallen lassen auf so ein gebäude das ist der weg die nicht gegangen und das ist die vier wo wir drin sind das ist alles frei habe ich gehört aber du kommst halt hier jetzt wenn du jetzt nach links läuft bist du direkt da kommt ein guard und ich rede nicht von hildegard wenn der weg ist kannst du links rum eigentlich noch warte ich markiere noch das ist aber der falsche weg ist gar nicht da wo ich hin wollte tatsächlich 7 aber hier ist doch richtig hier lang und dann noch eins runter eins runter so eine scheiße auch hier durch den wände wollte was auch da sind meistens auch noch mal welche ich bin ich das dann definitiv Jetzt hat er glaube ich die Kamera entdeckt. Jetzt da. Ist es oben? Hä? Ist hier E1? Ah, hier ist er E1. Ja, das ist E1. Find the security bars controls. Sooo, mach zu dem Puff. Ja, wir sind jetzt hier raus, oder? So, welches Gemälde? Kein Gemälde, warte, ich muss erst mal was tun. Wir müssen wieder auf die andere Seite. Pass auf, da ist es einer in meinem Auge zu zeigen. Check out the Guard. Gehst du rüber, Hezi? Ja, dann bleibe ich da. Ja, ich versuch's oben rum. Ja, kannst du Tür zu machen? Nicht auffällig, wenn du folgen die Tür zu machen hast. Ich wünsche schon die Richtigkeit am Ding, dass ich... Das sind die Geister hier im Schnauß. Äh, ein Museum. Kann nicht jedes Museum Geister? Eigentlich schon. Da ist das aber... Hast du noch nicht gesehen? Ja. Nee. Tschüss. Tschüss. Musst du dran vorbei und dann zum Schalter. Mach ich, oder? Der Schalter ist da. Ist ja frech, aber. Heightech. Ein Helikopter. Na, Hezi, was wird's? Ich suche noch. Wie du suchst? Wir müssen jetzt der Schalter. Ich finde den Weg nicht. Da hinten. Hezi, weißt du, ich mach's. Oh, E2 ist auch safe. Soll ich irgendwo ne Trippe runter sein? Oh, die 2 ist wohl Läden jetzt. Roulade. Hm, Roulade. Aber wo ist denn jetzt der Dude hier unten? Da ist einer. 2 sogar. Ja, da geht er noch nicht so... Achso, du musst... Oh, da kommt, da kommt der eine. Hm, ich seh's. Jetzt dreht er sich wieder um. Das ist immerhin was. Das Punkt ist aktiviert. Oh, hier ist der Nächste. Nein, ich treffe ihn nicht. Scheiße, kannst du noch mal? Was soll ich die machen? Markieren die da hinten irgendwie? Achso, ich seh sie grad nicht. Na, ich hab den Punkt. Na, dann ist gut. Die sind weg. Oh, nee, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich treffe ihn nicht. Ich hab' ich keine Ebene. Wow. Da war auch einer, wo ich jetzt gepinkt hab. Den wollte ich auch grad, Taisy. Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Vorsicht, hier kommt noch einer. So, was musst du jetzt machen? Deaktiviere die... Achso, immer noch. Toll, das ist bei mir hier. Hä, wieso denn noch mal hier? Hey, da ist ein Guard. Wow, wie soll man das denn machen, wenn hier die ganze Zeit die Typen sind? Oh Gott. Der war close. Aber ich muss auch für die erstmal nachzuladen, wenn ich einmal geschossen hab, ne? Das mach' ich aber auch. Hahaha. Aber das ist jetzt ein Problem hier, du. Ja, wir brauchen ja gar nicht alle. Stimmt. Moment, die sind echt fies, ne? Einfach witzend im Raum. Oh, ja. Hab' ich. Oh! Da klau' ich das Gemälde und bring's weg. Oh, da rennt der einer los. Nach oben, warum auch immer. Ja, du close ist das Gemälde und dann bring's weg. Was ich? Ja, du bist schon oben. Ja, ich muss mal gucken, wo die dudes sind. Da musst du einfach hoch und dann die Seilrutsche vom Dach. Ne, nicht schon. Guck was da, wo wir rein sind. Ah, Knacke. Knacki die Knack. Auch daneben. Knacki, 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 Knacki. Ups. Dieses Psycho-Gemälde. Und da ist jetzt die Treppe hoch und aufs Dach, oder was? Oh, hier sind zwei Fragezeichen. Ne, da wo du rein bist. Und dann mit der Seilrutsche raus. Ja. Ja, ja, ja. So, ich bin jetzt gleich auf dem Dach. Bitte was? Ich hätte jetzt hier noch springen sollen. Ja, bin ich vorher ja auch. Aber hier komm' ich nicht aufs Dach gerade. Ich bin bei dir, Siri, guck mal. Ja, du bist hier immer noch irgendwo rein. Ja, hä, und wo ist die Seilrutsche? Ach da. Gut. Du bist so... Du bist so'n Blindfisch, ne? Links im Kopf. Ich bin der Mülleimer gelandet. Das ist unter meinem Niveau. Ich finde das in Ordnung. Jo, hab ich. Oh, ich kann nicht knacken. Oha. Oh shit. Ich hab sie extra noch für dich markiert. Oh, kein Problem. Nix passiert. Ohohoho. Der hat halt durchaus Fetze geguckt. Der macht seinen Job gut. Oh, der kommt da da. Oh shit. Okay, den musste ich mitnehmen. Äh, so. War das doch direkt hier? Oh, hello? Yeah, my bad. Thought I saw a guy who turned into a werewolf, but it was just me and reflection. Fuck man, think of me the shape. Woah. Ja gut, jetzt kam hier noch einer. Was soll ich machen? Naja, wir haben noch drei Alarme. Das ist Alarms. Hättest du mit ihm reden können. Ich mach schon. Haha. Bitte was? Ja, ich kann das sehen. Das ist gut zu hören. Schockwerk, ja. Schockgesellwerk. Sind jetzt hier oben überhaupt noch welche? Na. Lieber Vorsicht als nachsichtig. Da ist auf jeden Fall noch der Putzmann. Was wir machen, wenn wir uns auf die Dinge hier stellen. Na, hacken quasi. Per Telefon oder so. Internetpfanne suchen. Da ist noch ein Ziviler, die Frage ist. Ist das eigentlich schneller, wenn man zu zweit ist? Naja. Naja. Ich war schon lange fertig. Da ist noch ein Ziviler. Hm. Den müssen wir mal kurz beseitigen. Tatsächlich. Wow. Hey. Let's go. Wieso kann ich denn jetzt nicht packen? Weil du von vorne gehörst. Der stieß direkt auf dich zugelaufen. Ne. Ich bin da extra von hinten. Aber... Die nicht. Hm. Was? Achso. So, den haben wir auch. So, was jetzt der Plan? Stilgemälde. Wir haben doch schon eins, hä? Wir müssen ihn zum Auto bringen. Den hab ich doch schon. Nee, 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 nee. Die Vicario-Gemälde jetzt. Der hat jetzt gesagt, die Dinger auf dem oberen Floh sind jetzt nicht mehr gesichert. Ja. Ja, dann können wir jetzt alle anderen. Die hat auch was mit Platzblätter gesagt. Vielleicht müssen wir jetzt das Testgerät benutzen. Naja, stimmt. Ich versuch das mal irgendwie bei einem Gemälde aufzustellen. Denk dran, die Räume sind trotzdem noch gesichert. Nicht einfach reinrennen. Erst gucken. Ich wär auch grad fast wieder in den Laser gerannt. Einfach reinrennen. Okay. Boah, war das knapp. Alter, war das knapp. Juge, die Pumpe. So. Fünf auf sich, ja. Überall Kameras und Co. Ich bring mal ein Gemälde weg. Wenn es das richtige Gemälde ist. Nee, es ist ein Gemälde. Man kann jetzt alles wieder knacken so. Das Hui-Seil. Man hat auch Müll, wo man hingehört. Ist das schön. So, ich hab sogar wirklich eins. Wusste ich. Boah, hier ist ein Sound-Bug. So ähnlich auf. Ja, oben trotzdem in der Hocke gehen, ne? Also beim Laufen. Oben ist Clear, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Aber... Ja. Alter, die Hocke gehen nun heiß. Sie rennt hier lang. Können wir noch mehr was verklauen? Hallo Sunny, grüße. Also das ist Ausrüstung. Hier sind lauter Ausrufe. Es ist Fragezeichen, wenn man die Seilrutsche benutzt. Ja, die sehen einen ganz kurz. Warum ist da ein Ausrufezeichen oben? Ich sehe nur Fragezeichen. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Ein Cop ist oben. Die Frage ist, ob wir den weg machen. Wir haben noch zwei Radios, aber... Ich hab ihn weggemacht. Better save than sorry. So... So, das heißt mein Gemälde, aber nicht sonst richtig. Hallo, Dispatch? Ja, ja, ich bin gut. Aber ich trippte auf einen fucking Step. Diese Shit ist gefährlich, man. Aber der kann sterben in diesem motherfucker. Fuck, ich bin... Yo, ich bin reportant. Dieses Test, den kann ich auch nicht einsetzen. Ich verstehe nicht, wo das da ist. Okay, ich hab noch ein Gemälde. Okay, dann wird das wahrscheinlich so richtig sein. Achso, ich hab nicht gescannt oder so. Ich nehm einfach mit. Wir können eh alle mitnehmen. Ne, dann nimm mit. Ich hab noch ein Gemälde. Einpacken, was einzupacken geht. Alles mitnehmen. Und der, der steht hier nur rum. Und dreht Däumchen. Regi, kannst du die Tasche jetzt rein? Ne, ich brauch hier auch mal so viel Space-Dick für drauf. Ja, der ist noch unten im Safe, hieß es doch. Warte, ich komm heißi. Hä? Achso, das hat schon einer geknackt von euch? Nö. Ja, ich hab vorhin schon welche geknackt. Ich kann die nur nicht öffnen, weil wir noch die Gitter davor haben. Ich dachte mir, das spart irgendwas Zeit. Ich glaub, in dem Raum hab ich jetzt alles. Muss nur weggetragen werden. Ja, traf mit. Oh no, Sack. Stell dir mal vor, wir wären jetzt gestorben und liegen beide unten und heiß. Wir müssen uns hochholen. Ja, boing. Ah, das wär so witzig eigentlich. Okay, auch das war noch nicht das Vivaldi oder Vicario Gemälde. Huiiii. Habt ihr oben jeden Raum erstmal gesichert, oder was? Das hat sich der letzte Mann gefühlt. Ja. Natürlich sammelt Opa alles ein, was geht. Aber Opa sammelt nicht, das fällt Opa in die Tasche. Oh oh. Oh oh. Endlich. Oh. Das war knapp. Who am I kidding? They're all weird. So, there are two Ledet-Panksticks. Only one is real. The artist demanded a security system, that depends on being able to tell which is the original. Verwendet das Spektakel-Dingsbums. Stand das grad schon da? Ne. Ne. Ah, Manager-Office. Hey, hier haben wir den PR-Code noch, ne? Ja, Manager-Office ist hier links. Ne, dann rein da. Aber nicht in den Security-Raum gehen, Leute, weil da ist noch ein Typi drin. So, was sollen wir hier? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ah, da unten, ah! Oha! Ich knack. Wie das schneller ist. Das kannst du gar nicht schneller schaffen, wie ich. Fertig! Fertig! Aber doch auf! Ich war erst da! Ey! Schlau! Ah! Als ob das gleichzeitig war. Wie schießt der gleich ins Knie, mein Freund? Hier nicht da rein, geht die. So, und nun? Stell ich hier erstmal mein Gerätchen auf? Ja, voll sinnlos. Achso. Erstmal noch eins. Du hast den Rustricht dran. Achso, müssen wir das rausnehmen, weil der muss das scannen? Ich weiß es nicht. Das ist der richtige. Ah! Hab's! Du bekommst einen von der Gerätchen. Also, sicher, dass du das richtige Schild hast. Well. Wir nehmen trotzdem alle mit, oder? Woher wissen wir jetzt, ob das das richtige Melde war? Hey, hat sie doch gesagt? Nein, hat sie nicht. Bei mir hat sie... Hä, bei mir hat sie gesagt, das war das richtige. Ja. Der Skeller hat gesagt, das ist das richtige. Sie sagte, der Gerät funktioniert nur einmal. So, make sure you choose the right painting. Au. Das ist jetzt schlecht. Was macht ihr da? Ja, komm lieber mal her. Hallo, Izzy. Ja. Was ist das denn für ein Bullse? Warum hält der sich denn da nicht... Warum rutscht der da nicht rüber? Guck, dass die Ausrufezeichen weggehen. Wir kommen mal mehr. Ja, ja, du kannst die alle hinlegen lassen. Und dann musst du die alle anbinden und dann passt das schon. Check das Siv. Es ist jemand da drin. Da ist noch eins, da hinten bei Hazi. Denk dran, alle fest neben mir. So, ihr seid alle vor euch festgenommen. Wir werden das hören. Oh nein. Ich bin auch runtergefallen und hab vorhin noch gesagt, oh das war knapp. Oh nein. Wieso sterbe ich dann dabei? Ja, weil du kaum noch energiert hast wahrscheinlich. Bist du nicht das erste Mal runtergefallen? Doch! Doch, du bist voll enschneidig. Behalt dir, du Sprecht Sitz. Du hast recht, das war vorne, du sagst. Wir könnten jetzt abhauen. Nöööööö, wir wollen alles leer machen, ja. Haben wir alle gefesselt jetzt? Könnt die da hinten eigentlich noch... Ja, hier kommt nämlich schon die nächste. Ja, wir tradeden noch mehr rein. Ja, aber die gewinnen und irgendwann ist... Ich glaube, ich hasse alle. Es ist halt die, die da rumstehen und... Chillen, wow! Alter, war das knapp. Ihr seid alle gebunden. Du bist gebunden. Scheiße, da kommt ein Kopf jetzt direkt und hier liegt so ein gefesselter. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ihr noch. Einen Ruf haben wir noch. Okay, musste ich machen. Scheiße, ich brauche hier mal ein bisschen Hilfe. Warte, ich komme. Pass auf, da kommt jemand. Ach, scheiße. Okay, lass abhauen. Mann, das war so schön und dann fällt der vom Balkon. Ich kriege die Krise. Der hat einfach Scheiße unter den Füßen. Oh Mann, ey. So dumm. Aber das Schöne ist, du bist mir jetzt auch runtergefallen. Das heißt, du kannst... Das bist du nicht so, dass das jetzt zu mir passiert ist. Ich bin auch einmal runtergefallen da. Ja, guck. Na, aber gut, ich bin halt noch nicht gestorben dabei. Ja, das war jetzt unglückliche Zusammenfuhr von... Ja, trotzdem 500k gemacht, aber easy. Ich tue mich glücklich jetzt zusammenfuhr von Scheiße unterm Schuh. Ja, das ist halt echt so, was der Mensch-Unfälle geschehen.